Pankow ist auch ein wichtiger Industriestandort. Hier im Pankow-Park werden Züge für den Weltmarkt gebaut und Turbinen aus der ganzen Welt aufbereitet und saniert. Ich habe mich daher vor über zehn Jahren für den Bau der Heinz-Brandt-Straße eingesetzt, die dazu geführt hat, dass hier die Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden können und dieser Standort sich erfolgreich weiterentwickelt.